Grüezi miteinander! Sicher kennt ihr das Problem, wir kennen es auch, wir kennen es auch und der Erfinder dieser Maske, Ilter Denizolo, hat Tag und Nacht gezeichnet und jetzt gibt es die neue Original Dr. Vox Flasche, die dieses Problem löst, nämlich wenn kein Wasser drin ist, könnt ihr den Deckel der Flasche als Gegengewicht nutzen und sie steht. Und wenn Wasser drin ist, ist es sowieso kein Problem. Diese Flasche hat Rillen, damit sie besonders stabil ist und damit sie trotzdem leicht bleibt, aber hier gibt es einen Streifen ohne diese Rillen, damit ihr die Zahlen auf dem Schlauchteil ablesen könnt. Viel Spass beim Blubberen mit der Original Dr. Vox Flasche! 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 Vox Flasche!